Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Folge aus der Antwort auf die Challenge von Natasha Gerroth, Soundtrack of my life. Na, macht es bei jemandem Klick oder Ballon-Peng? Bei mir knallt damit nix. Wir sind jetzt in den 80er Jahren, in der Hochzeit der neuen deutschen Welle. Ich habe die gehasst für die Pest und sie verfolgte mich überall, es war kein Entkommen. Und am schlimmsten war es dann, als ich mal wieder bei meinen Großeltern, väterlich gesagt, zu Besuch war und meine noch kleine Cousine Judith mich ansprach, Thorsten, kannst du Leder spielen? Ne, konnte ich nicht oder wollte ich nicht, besser gesagt. Und naja, jetzt kann ich und will ich auch im Rahmen dieser Challenge. Man soll sich ständig herausfordern und Judith, das ist für dich. Und naja, jetzt kann ich, besser gesagt, dass ich es lege, lief. Und da kann ich, besser gesagt, dass ich kein Verragens Steven, weil ich nicht gar nicht, kann ich auch nicht, mehr Töne. Und da kann ich mich über die Zeit verraten, ich kann mich, besser sagen, bis zu Besuch war und ich bin, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020